Leider wissen die meisten iPhone-Nutzer gar nicht, was das iPhone alles kann und deshalb benutzt du dein iPhone wahrscheinlich auch falsch. Diese typischen Fehler können dein iPhone-Akku nachhaltig schaden, dir eine Menge Geld und vor allen Dingen Zeit kosten. Starten wir direkt mit dem ersten Fehler. Die meisten sortieren regelmäßig ihre Kontaktliste aus. Du wirst aber wahrscheinlich bisher immer den Kontakt angetippt haben, danach auf Bearbeitet gedrückt und bis ganz nach unten gescrollt haben, um den Kontakt aus deiner Kontaktliste zu löschen. Aber hast du das schon mal bei mehreren hundert Kontakten gemacht, das kann ganz schön mühselig sein. Deshalb solltest du in der Kontaktliste einfach mit zwei Fingern nach unten ziehen. Dadurch werden gleich mehrere Kontakte ausgewählt. Wenn du jetzt gedrückt hältst, dann kannst du entweder Kontakte zusammenführen oder endgültig löschen. Du benutzt doch sicherlich auch den Taschenrechner und ärgerst dich immer darüber, dass wenn du dich vertippt hast, nochmal alles löschen musst, oder? Dann mach es zukünftig richtig, indem du nach einem Tippfehler einfach nur nach rechts wischt. Dadurch wird die letzte Zahl entfernt und du musst nicht immer alles neu eintippen. Geht übrigens auch, wenn du nach links wischt. Ich wette mit dir, dass du den Batteriezustand von deinem iPhone in regelmäßigen Abständen wie folgt überprüfst. Für dich ist nur der Wert maximaler Kapazität wichtig, oder? Aber genau das ist falsch. Deinen richtigen iPhone-Batteriezustand findest du nicht in den Einstellungen. Du musst dafür die Apple Support App öffnen. In der App musst du einmal dein iPhone anklicken. Danach wählen wir Geräteleistung aus. Hier klicken wir auf den Punkt Batterieleistung. Nun müssen wir jetzt überprüfen, antippen. Dein iPhone wird danach überprüft und dann wird dein tatsächlicher Batteriezustand angezeigt. Bei mir stimmt es mit der Info in den iPhone-Einstellungen überein. Bei vielen älteren iPhones weichen diese Werte aber voneinander ab. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob es bei dir auch übereinstimmt oder nicht. Dafür musst du aber vorher im App Store die Support App herunterladen und öffnen. Diesen Fehler habe ich schon bei zahlreichen iPhone-Nutzern gesehen. Verschiebst du deine iPhone-Apps auf dem Homescreen auch so, dann wirst du hiervon begeistert sein. Du hältst auf dein Homescreen gedrückt und verschiebst die erste App. Währenddessen kannst du mit der zweiten Hand weitere Apps anklicken und diese werden dann alle gestapelt. Du kannst die ausgewählten Apps jetzt alle zusammen verschieben. Das ist cool, oder? Jeder iPhone-Nutzer hat den Drang dazu, immer alle Apps zu schließen in der Annahme, dass man dadurch Akku spart und das iPhone schneller läuft. Aber genau das ist falsch. Durch das erneute Öffnen einer App wird deutlich mehr Akku und Arbeitsspeicher benötigt. Deshalb solltest du Apps einfach nur minimieren und im Hintergrund laufen lassen. Das ist übrigens auch eine Empfehlung von Apple. Stellst du dein iPhone auch immer so auf stumm? Das ist zwar nicht direkt falsch, aber du solltest trotzdem immer erreichbar sein für Notfälle. Aus diesem Grund kannst du in deine Telefon-App gehen und einen bestimmten Kontakt anklicken. Wenn du jetzt auf Bearbeiten klickst und ein Stück nach unten scrollst, dann kannst du Klingelton Standard antippen. Hier kannst du die Notfallumgehung aktivieren. Dadurch werden Töne und Vibrationen nur für diese Person erlaubt, auch wenn dein iPhone auf stumm geschaltet ist. Diese Einstellung würde ich für besonders wichtige Kontakte dringend empfehlen. Ich glaube, jeder iPhone-Besitzer hat mindestens 10 offene Safari-Tabs, oder? Schließt du diese auch immer einzeln nacheinander, dann halt doch mal einen Tab gedrückt. Du kannst jetzt alle anderen Tabs schließen, bis auf den ausgewählten Tab. Oder du klickst einen Tab an und hältst danach unten rechts gedrückt. Dann kannst du hier sehen, wie viele Tabs du offen hast und du kannst, sofern du möchtest, mit nur einem Klick alle Tabs auf einmal schließen. Damit es bei dir in Zukunft gar nicht mehr so weit kommt, gehen wir in den Homescreen und klicken auf Einstellungen. Hier tippen wir Safari an und scrollen ein gutes Stück nach unten. Dort klicken wir auf Tabs schließen. Du kannst jetzt einstellen, dass die Tabs nach einem Tag automatisch geschlossen werden. Ich persönlich bevorzuge aber nach einem Monat. Sag mal, tippst du immer noch manuell deine E-Mail-Adresse ein? Dauert dir das nicht zu lange? Kopiere einfach mal deine E-Mail-Adresse und gehe dann in die iPhone-Einstellungen. Hier klicken wir auf Allgemein und danach auf Tastatur. Jetzt müssen wir den Punkt Textersetzung anklicken. Anschließend auf das Plus-Tipp. Bei Text fügen wir jetzt unsere E-Mail-Adresse ein. Und in die Zeile Kurzbefehl tippen wir zum Beispiel zweimal das Add-Zeichen ein. Mit Sichern schließen wir die Textersetzung ab. Wenn du dann irgendwo zweimal das Add-Zeichen hintereinander eintippst, wird dir ab sofort immer die E-Mail-Adresse vorgeschlagen. Diese kannst du anklicken und so wird automatisch eingefügt, ohne dass du mühsam manuell eintippen musst. Also dieser Fehler kann dir wirklich sehr viel Geld kosten. Wenn nämlich dein iPhone geklaut wird oder du es verloren hast, dann solltest du in den Wo-Ist-Einstellungen Mein iPhone suchen aktiviert haben. Am besten aktivierst du zusätzlich noch das Wo-Ist-Netzwerk und den Punkt letzten Standort senden. Damit es dann auch richtig funktioniert, solltest du den Standort teilen aktivieren. So kannst du nämlich dein iPhone orten lassen und musst dir kein neues, teures iPhone kaufen. Apropos Geld sparen. Viele iPhone-Nutzer haben keinen Überblick mehr darüber, welche Abos für Apps sie abgeschlossen haben. Auch das kannst du bequem in der Apple Support App überprüfen. Einfach ein kleines Stück nach unten scrollen und Abonnements verwalten anklicken. Hier siehst du dann schon deine aktiven und abgelaufenen Abos. Wenn du eines der Abos anklickst, dann kannst du diese auch ganz bequem kündigen und nachschauen, wann das Abo verlängert wird. Wechselst du auch noch so zwischen den einzelnen iPhone-Apps? Was ist, wenn ich dir sage, dass es schneller und einfacher geht? Du musst einfach nur am unteren Rand von deinem iPhone nach links oder rechts wischen. So kannst du extrem schnell zwischen zwei geöffneten Apps wechseln. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich in den Einstellungen so zurückgehe. Manchmal kann es ziemlich nervig sein. Deshalb halte ich auf Zurück gedrückt und kann dann zwischen den einzelnen Seiten auswählen und zum Beispiel direkt zurück in die Einstellungen springen. Das spart mir am Tag so einige Klicks. Sei ehrlich, du hast doch bestimmt auch schon mal ein iPhone-Screenshot gemacht und vertrauliche Informationen wie Passwörter mit diesem Stift zensiert. Auf dem ersten Blick denkst du, dass man es nicht mehr lesen kann. Allerdings können andere Personen, denen du diesen Screenshot geschickt hast, einfach auf Bearbeiten klicken. Danach müssen sie nur noch die Belichtung ganz nach oben schrauben und anschließend noch den Schatten auf den Wert 100 stellen. Mit einem Klick auf Sichern abschließen. Du wirst jetzt erschrocken feststellen, dass man die Zahlen beim Passwort wieder erkennen kann. Also schick nie wieder Screenshots mit vertraulichen Informationen weiter. Beim Screenshot machen begehen die meisten iPhone-Nutzer aber noch einen weiteren Fehler. Sie klicken auf Fertig und dann auf In Fotos sichern. Dadurch ist das Screenshot in deiner Galerie abgespeichert und verbaut Speicherplatz. Falls du den Screenshot also einfach nur weiterschicken wolltest, dann empfehle ich dir nach dem Klick auf Fertig den Punkt Kopieren und Löschen anzutippen. Du kannst den Screenshot jetzt direkt in iMessage verschicken, ohne dass dieser bei dir abgespeichert ist. Du hast bestimmt schon mal im Internet ein cooles Bild gefunden und danach in deinen Fotos gesichert. Wenn du dann in die Foto-App wechselst, findest du hier das gespeicherte Foto. Du kannst aber auf das Bild gedrückt halten und dann etwas verschieben. Danach mit der zweiten Hand weitere Bilder anklicken. Wenn du dann fertig mit der Auswahl bist, wechselst du wieder in die Foto-App und lässt einfach los. Jetzt werden alle Bilder gleichzeitig in deiner Galerie abgespeichert. Ich würde mal behaupten, dass 90% aller iPhone-Besitzer WhatsApp nutzen und auch hier kann man einige Fehler machen. Wenn dein iPhone-Speicher nämlich oft voll ist, dann solltest du in den WhatsApp-Einstellungen unter Speicher und Daten den automatischen Download von Medien deaktivieren. Hier kannst du auswählen zwischen Fotos, Videos, Audio und Dokumente. Ich habe immer alles deaktiviert, weil ich keine Lust habe, dass alle Fotos und Videos aus Gruppen automatisch auf mein iPhone gespeichert werden und mein Speicher nach wenigen Tagen voll ist. Zusätzlich würde ich dir noch dazu raten, bei Medien-Upload-Qualität beste Qualität auszuwählen. Ansonsten sind deine Bilder und Videos immer in schlechter Qualität. Warum nehmen die meisten iPhone-Nutzer eigentlich so eine Sprachnachricht auf? Du kannst am besten direkt nach oben wischen. Dadurch wird deine Sprachnachricht gesperrt, sodass du nicht mehr gedrückt halten musst und trotzdem weiter die Sprachnachricht aufnehmen kannst. Des Weiteren kannst du die Sprachnachricht dann auch vom Absenden nochmal abspielen und pausieren. Wenn dir dann die Sprachnachricht nicht gefällt, kannst du diese einfach löschen. Also dieser iPhone-Kamerafehler ist mir schon so oft passiert. Wenn du ein iPhone-Foto machst und dieses aus Versehen im HIF-Format aufgenommen wurde, dann kannst du auf Teilen klicken und musst einmal nach unten scrollen. Hier musst du Convert HIC to JPEG anklicken. Jetzt nochmal Save to Fotos antippen und einmal Erlauben auswählen. Danach wird das gleiche Bild im JPEG-Format in deine Foto-App abgespeichert. Damit sowas gar nicht erst passiert, solltest du in den Kameraeinstellungen unter den Punkt Formate maximale Kompatibilität auswählen. Falls bei deiner Foto-App Convert HIC to JPEG nicht angezeigt wird, dann musst du vorher den Kurzbefehl, welcher in der Videobeschreibung verlinkt ist, herunterladen. Hast du auch viele Seiten auf deiner iPhone-Home-Seite und musst jedes Mal nach links wischen, um auf die nächste Seite zu gelangen, dann machst du was falsch. Du kannst einfach hier gedrückt halten und dann nach links oder rechts schieben. Dadurch springst du schnell zwischen den einzelnen iPhone-Home-Seiten, ohne dass du jedes Mal einzeln nach links wischen musst. Übrigens, wenn du zu viele Home-Seiten hast, dann kannst du auch einfach hier gedrückt halten und dann nochmal klicken. Dadurch öffnet sich eine Übersicht aller Seiten. Du kannst jetzt auch einzelne Seiten ausblenden. Danach besteht dein Home-Screen nur noch aus einer Seite und du kannst direkt in die App-Mediathek wechseln. Wenn du wieder am Home-Screen gedrückt hältst, dann kannst du auch einzelne Seiten wieder hinzufügen. Du hast doch bestimmt schon mal eine E-Mail abgeschickt und den Anhang vergessen. Nach Abschicken der E-Mail ist es natürlich zu spät. Um diesen Fehler zukünftig zu vermeiden, gehen wir in die iPhone-Einstellung und klicken auf Mail. Hier scrollen wir einmal ganz nach unten und tippen die Sendeverzögerung an. Diese würde ich auf 30 Sekunden stellen. Das bedeutet, dass deine E-Mails erst nach 30 Sekunden verschickt werden und du notfalls noch die E-Mail überarbeiten oder einen fehlenden Anhang hochladen kannst. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viele Fehler du davon noch gemacht hast. Schreib es in die Kommentare und lass gerne ein Like da. Ansonsten abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder ein Video von mir verpasst. Zusätzlich habe ich dir hier links und rechts noch zwei Videos verlinkt, die du dir unbedingt anschauen solltest.